im Fernsehen, A, wo kann man Frank Lars buchen, B, wo kann man die Scheiben bekommen? Also die Frauen können mich persönlich anrufen. Ist in Ordnung. Nein, bitte einmal auf meine Homepage gehen. Ich bin diesbezüglich, ist nicht meine Aufgabe, ich kann es nicht behalten. Das heißt, meine Aufgabe ist, jeden Tag im Studio zu sitzen, Musik draußen zu präsentieren, Live-Shop zu machen. Bitte auf meine Homepage, darf ich das nennen? www.frank-las.de oder komm und da kann man alles abrufen. Ansonsten meine Telefonnummer 0171 49 69 058. Pass auf, pass auf. Jetzt werden die Damen sicherlich sagen, verdammt nochmal, das habe ich so schnell nicht mitschreiben können. 0171 49 69 058. Ich habe so oft Langeweile, bitte rufen Sie mich an. Liebe Damen, wenn ihr das jetzt so schnell nicht mitgekriegt habt, morgen Abend zur selben Zeit läuft die Wiederholung dieser Sendung, dann könnt ihr auf jeden Fall mitschreiben oder aber den Videorekorder programmieren und das Ganze habt ihr dann, und ich glaube, du kannst dich vor Anrufen nicht retten. Man möge bitte auf das Gesicht achten. Er schimpft immer mit mir, wenn ich in eine Sendung gehe und so einen Blödsinn mache. Das ist dein Manager. Das ist doch das Leben. Ein bisschen Spaß muss doch sein. Die Nummer war echt, nur am Rande gesagt. Nur nicht nach so einem Zwei. Du kannst nicht nach so einem Zwei. Nie kann nicht nach so einem Zwei. Und nach so einem Zwei oder falschen telescope, da im Jazchen.